Die Ultralight Isomatte von Naturehike. Ist das was Vernünftiges, was man auf kleine Trekkingtouren angenehm mitnehmen kann und was den Schlaf verbessert? Das werden wir heute in dem Video rausfinden. Viel Spaß dabei! Ja moin, mein Name ist Alvo. Ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Das hier ist die Isomatte Ultralight von Naturehike mit integriertem Kopfkissen. Das ist das hier oben und ansonsten einem Kammersystem. Alle Links sowie zu Konkurrenzprodukten, die ich durchaus empfehlen würde, findest du unten in der Videobeschreibung. Einfach mal durchklicken. Die Isomatte habe ich jetzt ungefähr zwei Jahre und gerade bei Hängemattenaufenthalten bzw. in Kombinationsaufenthalten mit einer Schaumstoffisomatte kommt sie sehr oft in Benutzung. Bevor ich euch aber meine direkte Meinung dazu sage, erst einmal die harten Fakten. Sie wiegt knapp 440 Gramm, ist im Kopfbereich knapp 6 Zentimeter breit und in den anderen Bereichen knapp 3 Zentimeter breit, hat eine Abmaße von 185 x 54 Zentimeter. Das Ganze kommt in so einem kleinen Packsack daher. Da findet ihr auch noch mal unten die Daten drauf. Der ist ganz gut verarbeitet, muss ich sagen. Der ist immer noch nicht kaputt gegangen. Hier löst sich mittlerweile eine kleine Naht. Also in Ordnung, sag ich mal. Es passt auch ganz gut immer wieder rein. Es ist nicht so wie bei anderen Packsäcken, wo man sich schon fragt, wie das wohl abgemessen worden ist. Wir haben hier natürlich ein Kunststoffmaterial mit einer kleinen Musterung. Hier ist dann zum Beispiel 3 Zentimeter hoch und hier natürlich in diesen Freizonen, wo sich die Luft sammeln soll, natürlich nicht. So etwas ähnliches wie Freizonen haben mittlerweile fast alle Isomatten, zum Beispiel auch die Schaumstoff-Isomatten von Thermarest, Richrest zum Beispiel. Das Ganze wird hier oben über ein Ventil gesteuert. Da pustest du rein und wenn du die Luft wieder rauslassen möchtest, dann drückst du einfach das kleine Ventil wieder auf. Dann geht die Luft von selbst raus und dann kannst du es alles rausdrücken und zusammenfalten, die Matte. Die wiegt um den Bereich von 30 Euro rum. Man kann sie auch sehr viel günstiger aus China direkt bestellen, wenn du keinen Zwischenhändler bezahlen möchtest. Schau dich da einfach ein bisschen sonst um. Ansonsten findest du natürlich wie immer Links unten in der Videobeschreibung. Und das sind im Prinzip auch schon die ganzen harten Fakten dazu. Wie habe ich diese Matte also bis jetzt in den letzten zwei Jahren empfunden, bzw. wo habe ich sie gerne eingesetzt? Diese Matte habe ich sehr gerne dabei, wenn ich die Thermarest Richrest als sehr stark isolierende und sehr robuste Schaumstoffmatte auf den Boden lege und dann die Naturehike obendrauf platziere. Das heißt, wir kombinieren sozusagen zwei Isomatten, bzw. eine Isomatte und eine Luftmatte miteinander, damit wir gleichzeitig die Robustheit als auch die Isolation von der Richrest bekommen. Dazu aber den Komfort von der Luftmatratze. Gleichzeitig ist es natürlich auch noch stark für mich, weil ich mag es gerne mit Kissen draußen zu schlafen, dass dort ein integriertes Kissen mit dabei ist. Das heißt, es reicht eigentlich fast nur das zu nehmen und nicht noch ein extra Kissen mitzunehmen. Und man legt dann ein Pullover nochmal vielleicht, wenn man den direkten Kontakt mit diesem Material nicht so gern hätte, obendrauf. Sehr gut lässt es sich dann so auch kombinieren in der Hängematte. Da ist das dann auch sehr angenehm, obwohl man da nicht so sehr das braucht, weil dort hat man nicht so den harten Untergrund. Da reicht dann die Thermaris Richrest meistens aus. Wo ich sie sehr gerne dann hernehme, ist wegen dem sehr kleinen Packmaß. So klein geht das Ding im Endeffekt zusammen. Vor allen Dingen auch noch später kann man da ordentlich was zusammendrücken. Wenn ich leicht und klein unterwegs sein möchte, zum Beispiel nur mit einer Hängematte, dann nehme ich das Ding, mache das sehr klein zusammen, stopfe das irgendwo an den Rand und habe nur diese Matte als Isolation in der Hängematte, wo sie am Tage bei moderaten Temperaturen auch dann ausreicht. Das sind ihre zwei Einsatzmöglichkeiten, was natürlich nicht so gut ist, dass sie nicht selber isolierend ist und auch nicht so robust ist im Endeffekt, weil zum Beispiel auch Steine rauflegen oder so kann man sie natürlich nicht. Im Endeffekt ist aber auch eine Luftmatratze im unteren Preissegment. Das heißt, man kann von ihr natürlich nicht dasselbe erwarten wie von der Thermaris Neo Air oder anderen Matten. Wenn sie nur ein Fünftel davon kostet, dann leistet sie trotzdem genug und hat ihre Anwendungsbereiche, die ich euch eben genannt habe. Das war auch schon alles zu dieser kleinen Isomatte, beziehungsweise ich möchte sie eher Luftmatratze als Isomatte nehmen, eben wegen dem sehr geringen Isolationsfaktor. China-Sachen müssen nicht immer schlecht sein, sie können auch gut und günstig, beziehungsweise in Kombination auch durchaus gut sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, du konntest ein bisschen was dabei mitnehmen. Hier links und rechts oben findest du wie immer weitere Videos über Autoausrüstung, einfach durchklicken, da findest du noch ganz, ganz viel. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Alle Informationen, die du sonst brauchst, findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn nicht, einfach in die Kommentare mich fragen, dann wird der Tag ganz wunderbar. Ich sag dir mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.